Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 2. Wir müssen die Lagerfeuer entzünden. Ist nur die Frage... Hoppala. Wie machen wir das? Jetzt haben wir ihn gerade. Ach du meine Güte. So, tschüss. Das heißt, wir sollen ihn gar nicht anzünden. Danke. Du beweisst nur, dass du die Kontänen bekämpfst und unterscheidest. Gib mich frei. Zack, zack. Paff. Hallo. Aua. So, tschüss. Du dummer Hund, ey. Gut. Auf zum nächsten. Oh, Verzeihung. So, zack. Was für ein Athlet. Ja. Richtig Athlet. Das ist ein Athlet. Schwupp. Wenn der mit dem Rücken zu und steht. Paff. So, wir müssen... Auf das Schiff. Das ist sicherlich. Denn Censu sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen kann. Wir müssen auf das Schiff. Nein, nicht auf das hier. Aber hier können wir eben noch was mitnehmen. Das ist zwar nicht viel, aber egal. So. Zack. Aua. Aua. 8 so das ist die ganzen kleinen und schüsst der schmutzungswasser der schmutzung der und der haut auch ab das war Nummer zwei von vier das sind mir zu viele Wochen wir müssen ja nicht unnötig mehr platt machen als wir ohnehin Verzeihung darf ich mal scheinbar nicht schon Bildfritze das ist ein Steckbrief ich würde mal sagen da war ein Steckbrief so So. Tschüss. Was sind das denn für Wachen, ey? So. 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 Das ist aber trotzdem irgendwie da hinten noch mal gucken. Dann haben wir was für die Datenbank. Wie schön. Okay. Die Taten dieses abstoßenden Verbrechers können von einer zivilisierten und erleuchteten Gesellschaft wie unserer nicht durchgehen. Hier soll irgendwo was sein. Ich weiß halt... Ich weiß nur leider nur ich wo. Ach hier oben auf dem Dach, wa? Zack! Du bist nicht sehr hell, ey, was? Nun gut, ein Idiot weniger. Deine Mutter war sich eine hässliche Nutte. Halt die Klappe! Zack! Nehmt eure Hände da weg! Paff! 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 Tschüss! Wo ist die letzte jetzt? Da! Lass dir nicht entkommen! Und auf Wiedersehen! So! Zack! Oh! 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 Egal! Egal! Maste! Halt! Staranero! Ja ist doch... Ich schaue doch schon ab! Ja, das müssen wir irgendwie... ...hier rüber... ...hier rüber... ...hier rüber... ...hier rüber... ...ist eine ordentliche Belohnung ausgesetzt worden! Der Stassine läuft die ganze Zeit einfach rum... ...okay... ...schauen wir mal... ...was jetzt kommt... Was für ein Mann. Nicht die Erregung. Zack. Zack. So, hier haben wir noch was. Und nochmal 100. Tschüss. Tschüss. So, was habt ihr jetzt davon? Lasst mich einfach in Ruhe. Ihr Soldaten, ihr habt sowieso nichts zu melden, ey. Meine Güte. Und nochmal 900. So, und weiter. Tschüss. Tschüss. Das ist so heiß. Der Hauch eines Masters. Wow, dach ich noch. Ich habe noch mal drauf. Das ist so heiß. 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 Wir verschwinden einfach mal. Ratsch. So. Schub. Und einfach weiter hier. So. Und hier lang. Oh, 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 oh. Aber ja, wir haben freundlicherweise direkt einen Arzt. Oh. So. Glück gehabt. Wo war der denn jetzt? Hier irgendwo. Oh. Wo muss ich wieder da hoch? Wartet mal. So. Hier soll der irgendwo sein. Aha. Dann versuchen wir das Ganze doch nochmal. So. Mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. See. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht. Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus. Oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Hehe. Nun. Du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, Amico mio. So. Ach du Scheiße ey. Leute, das kann doch nur schief gehen. Akzeptieren. War mal. So. Und. Ui. Schießt! Schießt auf den Dämon! Ach. At Fedon. Ah. A Bruchlandung noch mal wenn auch nur Ronda groß Boro Motto Spaß war die Ziel nur Fliegen ist schöner die das gleich nicht überspringen schade ja und so auch Wann du sollst dann wieder zurück nach oben aber so aufpassen dass ich zu steil nach unten krache sonst ich könnte dieses doch einfach lassen in Frieden lassen wo muss ich die unbedingt von den Dächern unterschießen egal auf einen neuen Versuch ob schießt schießt auf den Dämon schießt auf den Dächern so 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 und jetzt hoi hoi aus hoi hoi wo พolog hoi hoch hinten kam merang Zack! Na bitte! Oh, das wird unserem Künstler aber bestimmt nicht erfreuen. Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfreschen. Kommt, ihr seid am Zug. Ja, das Assassinenkind ist da. So, jetzt müssen wir da also irgendwie rein. Die haben erstmal noch nichts gesehen. Zack! Halt! Signore, trinkt das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was? Carlo? Verzeiht, Signore. Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Assassino! Assassino! Er hat ihn ermordet! Der Doge ist tot! Du Arsch! Komm her! Komm her! Komm her! Tschüss! So. Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Besser, Ezio. Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiesca den Pace. Genau. Du, du tötest mich! Du tötest mich! Oh! Los, mach sie nieder! Zack! Okay, Freunde, aber der Part ist vorbei. Und deswegen würde ich mal sagen, wir kämpfen uns im nächsten Part aus dem Palast raus. Also, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao! Tschüss! 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 Vielen Dank.